So, schöne Grüße aus dem Millenniumbus. Ja, im Moment ist ja die Nebensaison und das bedeutet, wir haben aktuell nicht so viel zu fahren wie in der Hauptsaison. Wir probieren, weil wir alle verrückt sind nach Bus fahren. Wer ist wir alle? Mein Kollege, meine Frau und ich. Und wir würden ganz gerne wieder mit euch was Schönes erleben. Deswegen schreiben wir immer wieder mal auf die Webseite schöne Tagesfahrten rein. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch bucht, dass wir die Mindesteilnehmerzahl erreicht haben. Wir machen die immer etwas höher. Also höher heißt bei Tagesfahrten 40 Personen, damit wir einfach auch einen fairen Reisepreis anbieten können. Ja, dass es dann halt für euch interessanter wird. Besucht doch einfach mal die Webseite www.busreise-mennen.de. Unter anderem ist jetzt drin Tagesfahrt nach Emden und Norddeich. Mit einer Zweifahrerbesetzung übrigens. Ja, dann Tagesfahrt nach Hamburg, XXL, Miniatur, Wunderland, Rotterdam, alles drin. Es kommt immer nach und nach noch mal was rein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann einfach bei uns auch mal eine Reise bucht. Unter www.busreise-mennen.de. Text. Die Webseite schreibe ich gleich noch dazu. Euch ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf eure Buchung. Übrigens, wir warten noch auf eine Rückmeldung. Tagesfahrt Disneyland Paris wieder. Da müssen wir noch abwarten, wie die aktuellen Eintrittspreise sind, damit wir das kalkulieren können. Macht's gut. Tschüss.